ja Mordel was geht willkommen zurück zu dem aus dem Salamander mit mir in Jahren und mit am Start sind auf jeden Fall Niklas und Alex wir spielen heute eine Runde pro Club in unserer neuen Serie die heißt gemischte Gefühle und warum gemischte Gefühle und Pro Club und so das wird euch jetzt Alex noch ein bisschen erzählen der dann mit dem guten Pass gerade also wir zocken eigentlich öfters über so pro Club und neulich hat Jan auf jeden Fall Hübel immer gefailt und ich Hübel gefailt also mit so ein paar Lattenkrachern und so und war dann richtig am rumheulen und so alles unfair alles unfair gewesen und da habe ich haben wir uns gedacht dass man daraus eigentlich eine Serie machen könnte weil Niklas und ich eigentlich ganz gut abgegangen sind oder ja halt insgesamt recht viel Emotion dabei waren und dann haben wir uns gedacht komm hauen wir mal eine Serie raus und voila da das hat das Monster her wo er mir gab und stopp wo Philippini K wo euch hin zu suchen hinterher ist auch voll offen hinten über die Leone nur st Prozent die wo es nicht was ihr habt nicht wo braucht man jetzt auch über die drei wiederholen der halbzeit Pause schneiden unsere eigene highlights zusammen ohne erbaut auch gar nichts leider ist schon der entscheidende Loser und das ist ein scheißvolles Bild Arsch weiter es sind noch ein besseres Einstieg in diese Serie gibt es gar nicht das gibt es eigentlich echt nicht jetzt ist es der Gäste bis linker Flügel und nicht Mitte ja ist ja gut ist so ganz gut ich muss mich nicht anschreien das wäre schon das 1 0 das war auch geil gewesen die ersten Punkt die ist schon mal eine Chance und nicht ja das sind uns davor wir haben das 1 0 sein können vom Ding her er wird der Scheiße gelaufen eben gerade noch gefälligte Laufwege sind echt wo es leckte eh Moor Morsi 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 muss werden zu wenigstens die die Superbowl der Kostelle zum Prinz ist okay in my pocket in the moon in my hand ein Nombel und schulden würde ich sogar gucken nur praktisch und müssen das sehen 3 praktisch kommen ja wohl richtig kaum leute wir reißen das wir reißen das gar kein zack hier anstoß hat er gesagt hier und stück würden sie drücken ja voll die Galerie nicht verarscht st überleistern unter vor Ort Prozent was über Barth an die Elbe Schildes nicht durch das kommt zu nennen das mit Kopf verlängern der Garten und der Versuchten Mensch bis zum Versuchtele bis zu uns nicht vorne er hätte er zu erledigen in den 5.0 das ist es die und er muss gehen 3 weiter kommen auch aus hier auf Big Baba Barthes und folgendes nicht und immer von den Fingern und ist gut die Bauern sind so es lebt Nürnberg schlossen hat sich auf den ball hat und ich bin nicht schon erste waren schüsse meine damen und herren das stadion schreibt und ich habe ein Black screen der kurzen Schützen beim Abschluss gewünscht die Städte es kann ja keine Spieler Abstoß nun muss man der Torsten Letzten so gut wir haben auch sich heute wieder an die Regie alle gegen so nennen wir die Folge da bin ich dagegen wir sind gegen dich das hast du falsch verstanden den halte ich noch auf hier siehste Teamplay ist das ich habe mit Achtung, was soll denn das für ein Pass gut abgefangen hat er bei den Ball Eggers, Alter da habe ich nur um den Spruch gewartet, ey jetzt könnte es gefährlich werden Mann das war jetzt nicht gefährlich Timsch hat mich übrigens gerade im Ultimate Team platt gemacht ja los ähm 4 zu 3 war das glaube ich ja ne doch doch er hat so ein Ultrateam und ich mit meinem Westermann und Schaner in der Entverteidigung ich muss den Teele holen in Wien ein Philippe Philippe ich habe Bommels, aber da war verletzt aber bisschen glücklich war schon ja das ist absolut und Piszczek habe ich absolut ja die Jungen das ist ein Ziel der mir noch fehlt so habe ich direkt diese ganze Flitzer, ne Van der Vaart, gegen die Groß Van Beuthen Judis, äh Gustavo habe ich das ist ja auch Ultra, ne ich habe voll das Flitzer Team, Alter von Recht von Recht Shaqiri ne das man, also mein Bundesliga Team habe ich Shaqiri, S-Vine, Juve ey äh Neuaufnahme ne das ist ja das andere Aufnahmeding ach ja stimmt ja das weiß man auch mal ein Spitz und ne stimmt ja lol das hier nicht durchgehen Dribble Barsay Krasch Scheiß zu spielen Quatsch Dribble 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 Wollt bei ihm einfach mal in den Bauchnachlisten in der Beispiele auch Dribble aber meine Bildung ich habe ich gar nicht mit der Innenseite die Schlenzer das ist nicht wahr Alter meine Pässe sind so grausam gerade so am Computer war aber auch gar nicht schlecht ich will das erste Spiel nicht verlieren wir verlieren noch nicht verlieren wir auch gar nicht, das glaube ich 3-1 geht das Spiel aus 2-1 Doppelpakt Doppelpakt, McReady McReady schickert schon gar nichts da kommen die wieder in der Kamin rein ich dring mich weg auf ja Garstey, heumingsa ich meine er will keinen Jubel machen im allerersten Spiel gleich Boah, ich sehe mit ihm also ach Was soll man dazu sagen, meine Damen und Herren, Alter, ihr könnt mit Pampers schicken und ein paar Präsente, ich esse auch trockenes Brot. Nein, schade. Das wollte eigentlich gar nicht zu dir liegen, ich weiß gar nicht, warum du jetzt schade sagst. Ach, schade. War das jetzt die richtige Entscheidung, ist jetzt die Frage. Mein Name ist auch langsam in die Mitte. Da kommt das Ding auf Verrückte. Nein, nicht ungefährlich. Ich weiß nicht. Wenn man sich mal den Torwart von meinem Arm. War schöner Klatscher hier kommt. Sauber. So rät, das war schlecht gesehen von mir. Die mit dem Kopf, ne? So wie die jungen Menschen sehen. Spiel hoch zwei Meter nach vorne. Nach hinten und der Ball. Die können halben Meter weiter. Filippini. Nein. Oh, scheiße. Macht den. Das war wirklich mal dein Pro, der nichts konnte. Die Fenster freuen sich über solche Präsenten. Man kann nicht mehr, ich habe einen roten Balken bis zum Gegner. Sorry, das war vom Vorderen gerade. Ja, passt. Jawoll, ich so. Wollte mich jetzt, dass der Typ der gerade nicht hingesprungen muss mit sein. Meter 80 Sprung. Soll, was war das mit dem Chip? Goll. Ja. Ja, die wusste, Alter. Ich weiß immer, wenn es kein Tor wird. Es kann mich immer an mit Tor. Boah. Oder Goal. Oder... Chip-Lock. Nein, nein! Oh. Oh. Loll. Ich halte mich super aus mit Klasse. Weißt du, bei denen? Ja, so wie ich mich jetzt wirklich so ein Kniebe hat. Und bei uns? Ich springe mir einfach. Egal, wo der Ball ist. Mein er hat nur so'n Kniebe. Ach. Philippini. Er versucht den Ball abzugreischen. Da denkt, er könnte mich aber... Garscht. Wo ist der Cock blocker, Niklas? Da unten musst du... Niklas? Was? So'n Millimeter voller Suspension. Ich will erst mal degradiert. Degradiert. Wir nehmen dir 5 GES Punkte weg. Niklas? Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes... Das wird ganz gemerkt! Nein! Komm, Judah! Nein! Digga! Das ist doch... so typisch wieder. Und jetzt ein Tor für die, okay, mach's nicht. In dieser Situation wo grad... der Titel der Serie erklärt. Ja. Wir brauchen das gar nicht erklären, man sieht das was... Man sieht das doch. ln Aus Münsterne were. Zackvertrauen. So kunstig Bayern. 3 Solche Spieler kriegest du dich zu regulatorym. Ja, tirar depred. ThürМte hat gehadiert. Therefore... Arterätes Lekt is Noctivar nichts mehr. Hey! Nicht flynnigst. Ich schaue nie. Ja, ich sehe nichts mehr. Nein. Alter, er hat nichts mehr gesehen, wo du Scheiße bist. wie du siehst du nicht mehr? Bist du beschissen? Ja es leckt die ganze Zeit! Ja komm lauf ich mal weg mit einer... Brrr, ist hier nichts mehr! So ein Bödel ey! Ohne Witze ey, ich kann nicht mehr! Nee, wir spielen nicht in den Schienen, bevor wir hier gewinnen, Alter! Ohne Witze! Logische Folgerung... ...und für es nicht drücken und nicht hier irgendwie... Oh, ich kann nichts mehr sehen! Niklas Mann, bist du beschiss? Abseits! So kuck ey! So kuck ey! So ein Müll, sorry! So ein Müll, sorry! Jawoll und hopp! Die sah in Ansatz gut aus, die Flanke! Aber jetzt hat der Gegner die Kugel! So sieht ein Pass aus! Die Fresse! Die Fresse! Die Fresse! Digamon! Ich wollt's mir eigentlich weg! Unentschieden! Yeah! Und damit verabschieden wir uns für heute, Alter! Haut rein! Schau da rein! Da hält sich die Begeisterung bei beiden Teams in Grenzen...